Herzlich Willkommen im Jahr 2022. Es fängt schon ganz gut an. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Der DAX ist es allemal. Er hat schon eröffnet mit einem kleinen Sprung nach oben. Nichts Dramatisches, aber zumindest mal richtungsweisend. Und es sieht so aus, als ob der Markt weiter nach oben geht. Ja, das sollte uns nicht wirklich überraschen. Wir haben darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz, ein Rücksetzer nochmal wäre jetzt auch kein Drama. Also ihr seht schon, eigentlich entweder kommt es super oder es kommt super mit einem Päuschen zwischendrin. Aber es scheint erstmal alles positiv zu sein. Und da bin ich auch wirklich zumindest mal im Moment eher angetan, die Long-Seite in den Fokus zu nehmen, was die Indizes insbesondere angeht. Ihr wisst ja, dass ich natürlich auch einzelne Titel immer wieder shorte. Oder zumindest mal, ihr kennt das von verschiedenen Vorschlägen, die ich euch ja immer wieder mache, dass wir zumindest mal dem Markt beide Richtungen anbieten. Also ein Long-Entry und ein Short-Entry. Und dann darf er sich raussuchen, was er will. Meistens ist es ja dann doch eher der Long-Entry, den er sich dann da rauspickt in einem Bullenmarkt. Und das ist dann also dementsprechend richtungsunterstützend. Na gut, gucken wir uns mal den DAX an. Also viel Neues zum Vor-dem-Wochenende, im alten Jahr, gibt es eigentlich nicht. Der Markt setzt sich weiter nach oben tapfer fort. Und was jetzt dem Markt gut täte, wäre mal irgendein Rücksetzer. Ob der jetzt sofort passiert, ob das erst etwas später passiert, das werden wir sehen. Im Moment kann man das nicht abschätzen. Ein bisschen hat man den Eindruck, wenn man hier auf den DAX guckt. Vielleicht haben wir hier ja sowas wie eine 1, 2, 3, 4 und sind jetzt hier in der fünften Welle. Aber das ist jetzt sehr viel reininterpretiert. Bitte das jetzt nicht übertreiben im Sinne von, hey, der Mann weiß schon, was da als nächstes passiert. Ich weiß es nicht. Aber wundern würde mich das nicht, wenn das passiert. Ich will euch ein bisschen vorwarnen, ich habe es ja eben schon positiv formuliert. Rechnet damit, dass der Kurs auch mal eben dieses Päuschen sich holt, dass er diese Pause machen muss. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist nichts Tragisches, sondern das ist eine ganz normale Korrektur oder hoffentlich dann eine normale Korrektur in einer Aufwärtsbewegung zumindest, wenn sie eben auch korrektiv nach unten ist. Und ihr müsst euch jetzt überlegen, ob ihr das aussitzen wollt oder ob ihr sagt, nee, dann schließe ich lieber hier oben ein bisschen enger, denn solange es weiter steigt, ist ja gut, muss ich ja die Position nicht schließen. Ich würde jetzt nicht notwendigerweise sagen, ach komm, nimm Gewinne mit. Ich würde im Zweifelsfall sagen, lass halt noch laufen, denn es kann ja noch ein bisschen weiter gehen. Aber achtet ein wenig auf Zeichen. Zeichen lassen sich natürlich gerne auf kleinerer Ebene finden, wenn wir da Dynamiken nach unten haben und getriggerte Abwärtsbewegungen. Das wollen wir uns aber mal angucken in Amerika. Ihr seht hier, die Zeichnung ist natürlich genau die gleiche und es sieht ein wenig danach aus, als ob wir da in Abwärtsbewegungen sind. Hier übrigens noch mal ein wunderschönes Beispiel, das ist jetzt hier im 15-Minuten-Chart. Achtet mal auf das, was wir hier seit dem Hoch haben. Wir sind wie runtergegangen, 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind hochgegangen von hier bis hier und wenn ihr das vergleicht mit den vielen Rücksetzer, die alle überschneidend sind, das ist korrektiv und dementsprechend durchaus nachvollziehbar, dass es noch mal nach unten geht. Die Tiefe wird nicht gereicht haben, wenn ich das mal so optisch sehe. Normalerweise sage ich ja, klassisch wäre gleiche Länge vorne wie hinten. Ich habe es jetzt hier ein bisschen zu lang gezeichnet, aber ihr seht schon, das passt hier nicht. Er hat vorher gedreht. Er muss es aber nicht. Es reicht, wenn er einfach tiefer geht. Also typisch ist sogar das, da hatten wir uns vor dem Wochenende, vor dem Wochenende sei schon im alten Jahr noch mal drüber unterhalten, muss es hier drunter gehen, ja oder nein. Nein, also insgesamt, wenn man jetzt mal losgelöst von Elliot, muss es natürlich nicht drunter gehen, aber auch nach Elliot müsste es nicht drunter gehen. Es gibt Situationen, wir haben es mal nachgerechnet, es sind allerdings weniger, also es sind sehr wenige Fälle, so um die 5%, wo diese Entfernung kürzer ist als diese hier. Also es kann sein, also es würde hier durchaus reichen schon, es ist aber nicht sehr typisch. Das heißt, die Aussage, dass gerne, wenn es vorne ungefähr so lang ist, es in etwa so lang hier hinten noch mal ist, die ist statistisch gesehen sicherlich die cleverere, wenn es auch eben nicht immer passt. Also das ist nur so ein Richtwert, eine Größenordnung als Orientierungshilfe. In diesem Fall hat es jetzt nicht so sehr geholfen. Der Markt hat noch nicht wirklich jetzt den Vortrieb nach unten gehabt. Es kann allerdings auch sein, viele von euch sind ja ein bisschen tiefer drin in der Materie, dass das zwar nach wie vor die erste Welle ist, dass wir hier aber bisher in der Korrektur drin sind, die im Prinzip A, B und jetzt noch mal C ist und anschließend noch mal runter. Das ist jetzt ganz schön kompliziert. Letztlich läuft es aber immer wieder darauf hinaus, dass wir früher oder später und beim Dow sieht es so aus, vielleicht jetzt schon hier in dieser Korrekturphase drin sind. Das heißt, wir abwarten müssen, dass der Kurs hier ein bisschen noch mal Pause macht. Vielleicht macht er auch noch mal direkt noch mal ein bisschen runter. So ein bisschen Bullenflaggen mäßig sagen einige dazu fallende Hochs, fallende Tiefs, nach einem deutlichen Anstieg. Also das würde ich mir ebenfalls gut vorstellen können, dass er das tut. Und anschließend allerdings, ihr erinnert euch, so diese Zwischenhochs sind gute Trigger für die Longseite. Wer es sich gar nicht verheben kann, der kann natürlich sagen, ach weißt du was, ich probiere das mal. Ich nehme dieses letzte Zwischenhoch. Das ist hier das vom, was ist das heute Morgen, 11 Uhr in etwa oder 12 Uhr war das. Wenn wir hier das nach oben durchstoßen, komm, da versuche ich es nochmal long zu gehen. Wenn dem nämlich wirklich so ist, müsste es entweder sehr weit laufen oder es läuft nur ein bisschen und wir machen dann ein Minus-Trade oder ein ganz winziges Plus. Also es gibt da nur die Variante, ein bisschen Minus oder richtig viel Gewinn. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man das umsetzt, vielleicht nicht super hoch, aber das CRV in diesem Fall würde dafür sprechen, das gegebenenfalls zu machen. Es ist aber nicht mein Trade. Ihr wisst, wie ich das immer mache. Ich möchte immer gerne, dass dieser Rücksetzer, also bevor es dann weitergeht, dass der eine gewisse Tiefe hat und die sollte so Richtung 38er Marke gehen. Das Tief hier ist deutlich weit weg von der 38er Marke, also genau nicht das, was ich mir vorstelle und dementsprechend aktuell für mich noch nicht die perfekte Trading-Geschichte für die Long-Seite aktuell, die dann für einen Einstieg jetzt direkt sprechen würde. Mal gucken, was wir hier im Kleinen heute Nachmittag kriegen. Wir werden es uns angucken. Ich hoffe, ihr euch auch und dann vielleicht hat das eine oder andere vielleicht noch mitnehmen können. Beim S&P ist es nahezu identisch. Auch hier ist der Rücksetzer, den wir hier haben, nicht so besonders groß. Also wenn wir mal hier oder da, ich weiß gar nicht, welchen wir da jetzt nehmen sollen, das macht aber jetzt punktetechnisch hier quasi keinen Unterschied. Die 38er Marke liegt hier. Der Kurs kann weniger weit runterlaufen, aber alles, was drüber ist, gibt mir blödere Wahrscheinlichkeiten, sodass ich dann sage, das ist jetzt aber nicht optimal. Das ist der Grund, warum ich da ein bisschen zurückhaltend bin, wenn der Kurs jetzt nur so ein bisschen runtergeht. Wer sagt, die Wahrscheinlichkeit ist mir völlig schnurz, wenn es tatsächlich so weiterläuft, dann habe ich ganz wenig, also nehmen wir mal, ich steige dann hier ein, dann habe ich ganz wenig Risiko, also so viel quasi im Verhältnis zu so viel Gewinn oder noch mehr. Also das gehe ich ein. Wohl weiß ich allerdings, dass die Trefferquote vielleicht nicht mal bei 50% liegt. Das klingt jetzt sau doof, Trefferquote unter 50%. Aber ich mache mal jetzt ein Beispiel, das habe ich jetzt nicht hierauf gemessen. Wenn ich nur zu 40% 100 Euro kriege und zu 60% 10 Euro verliere. Das geht auf jeden Fall zu meinen Gunsten, wenn ich das zehnmal mache. Und daran seht ihr auch, wie wichtig das ist. Es kommt nicht auf einen einzelnen Trade an. Wir wissen beim einzelnen Trade natürlich nicht, was passiert. Auch nicht jetzt hier mit den Charts. Sondern es geht immer um typische Wahrscheinlichkeiten. Und da lassen sich dann relativ leicht, lässt sich rausrechnen, ob der Erwartungswert, naja, positiv ist oder eben nicht. Und sobald er positiv ist, ist es ein möglicher Trade, wenn man eben gewillt ist, dann gegebenenfalls diese Trefferquoten dann zu akzeptieren. So, ich erzähle euch nun überhaupt nichts Neues. Ihr seht hier noch die alte Grafik hier von vor Neujahr. Neujahr, wir sind offensichtlich hier noch gerade in dieser Korrekturphase drin hier beim Nasdaq. Auch hier können wir es noch mal kurz vermessen, dass wir wissen, wo wir da ungefähr stehen. Also wenn ich das mal hier von tief zu hoch, dann sind wir da am ehesten schon runtergelaufen. Also wenn man mich jetzt zu irgendeinen dieser Märkte überreden, ist vielleicht ein blödes Wort, aber davon überzeugen möchte, dann würde ich sagen, dann als erstes den Nasdaq mit einem, naja, Trigger vielleicht hier drüber. Ein bisschen aggressiver wäre auch dieser sicherlich in Ordnung. Das wären Trading-Möglichkeiten, die ich hier im Moment aktuell sehe. Also wenn einer dann der, weil der am dichtesten an der 38er ist, das heißt, der hat am meisten einer typischen Korrektur schon gesehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraufhin das Bild nach oben weiter fortsetzt, ist höher als bei den anderen Kollegen aktuell. Aber wenn er noch ein bisschen tiefer ginge, wäre es mir auch lieb. Dann soll er halt nochmal einen Schwung tiefer machen. Beispielsweise, wir wären ja immer noch in dieser typischen Logik, fallende Hochs, fallende Tiefs, das wäre ja immer noch gut. Dann könnten wir hier Long gehen und dann hätten wir auch unsere 38er-Marke. Die ist nicht heilig um Himmels Willen, aber sie ist eben typischer, sie ist statistisch relevanter als ein normaler Rücksetzer. Und dementsprechend wäre das für das Gesamtbild, wenn wir dann nach oben getriggert wären, sicherlich die beste Variante. Also dieses hier, das würde ich mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, als ein mögliches Long-Setup. Abmarke hier oder wer noch ein bisschen mehr Bestätigung will, abmarke dort. Beides ist, denke ich mal, vertretbar. Ich würde sogar den hier fast vorziehen. So, in diesem Sinne, das mal als kleines Update nach dem Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und ich wünsche euch, dass ihr viel Erfolg habt, dass ihr gesund seid sowieso, aber dass ihr in diesem Jahr viel Erfolg habt an der Börse. Und dementsprechend freue ich mich, wenn wir ganz häufig hier natürlich auch im neuen Jahr zusammenkommen. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.